Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Ehrlich und deutlich, so schrieben DDR-Bürger ihre Nöte in Protestbriefen an die DDR-Regierung. Rund 100.000 solcher Beschwerden gingen täglich ein. Darin Botschaften wie, für wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Oder ihr behandelt uns alle wie Verbrecher, ihr Mistbienen. Trotz Schriftfahndern und Speicheltests gelang es der Stasi kaum, die Absender zu ermitteln. Lange lagen diese privaten Briefe an die DDR-Regierung. In den Stasi-Archiven. Jetzt hat der Politologe Siegfried Sukut 250 davon erstmals veröffentlicht. Wutbürger in der DDR in seinem Buch Volkes Stimmen kann man nachlesen. Was sie aufgeschrieben, sich aber sonst nie gewagt hätten, öffentlich zu sagen. Welche Konsequenzen es hatte, solche Briefe an die DDR-Regierung zu schreiben, das würden der Autor Siegfried Sukut und auch wir gern genauer wissen. Deshalb bitten wir alle Leser seines Buches hiermit sich zu melden, falls Sie im Buch Volkes Stimmen Ihren eigenen Beschwerdebrief wiedererkennen sollten. Bitte schreiben Sie an arthur.mdr.de. Das Dresdner Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung ist ein renommiertes Haus. Zweimal im Jahr bringt es eine wissenschaftliche Zeitschrift heraus, die sich mit Totalitarismus beschäftigt. Doch in der letzt erschienenen Ausgabe konnte man von einem eher ausgefallenen Thema lesen, der vergleichenden Betrachtung nämlich des deutsch-deutschen Schäferhundes. Was war geschehen? Eine Gruppe von Wissenschaftskritikern hatte sich jene Studie einfallen lassen. 16 Seiten Schäferhund als eine vergleichende Gewaltgeschichte im 20. Jahrhundert. Und das Dresdner Institut fiel auf den großen Schäferhundeschwindel total herein. Ein Haus in allerbester Lage am Leipziger Clara Zetkin Park. Das ist das Gästehaus am Park. Hier logierten zu Messezeiten die DDR-Regierung und deren hochrangige Gäste. Hier ist der Milliardenkredit zwischen Honecker und Strauß ausgehandelt und besiegelt worden. Ein Haus mit Geschichte. Seit 20 Jahren steht es leer und verfällt. Immer wieder hätten Investoren dieses Sahnegrundstück gern verändert und die Ruine abgerissen. Seit gestern aber steht es fest. Leipzigs Stadtrat entschied, dass auf die denkmalgeschützte Ruine endgültig Rücksicht zu nehmen ist. Kein Abriss also. Doch drohen nun weitere 20 Jahre Leerstand und Verfall? Ob edel oder schmuddelig, wir alle haben so unsere Erfahrungen mit Restaurants. Hierzulande immer noch gern Gaststätte genannt. Seit im Paris des 18. Jahrhunderts die ersten restaurierenden Etablissements eröffneten, ist klar, im Restaurant wird nie einfach nur gegessen. Christoph Riebert hat die 250-jährige Geschichte des Restaurants recherchiert und ein beeindruckendes Buch über diesen besonderen Ort voller kurioser Begebenheiten geschrieben. So gut, dass er es damit auf die Shortlist für den Buchpreis der bevorstehenden Leipziger Buchmesse schaffte. Im Restaurant Anfang März erscheint Christoph Rieberts Buch. Wir empfehlen Ihnen aber außerdem den Weg ins Kino, ins Museum und auch in die Oper. Unser Kulturkalender verrät Ihnen jetzt unsere Tipps für diese Woche. Alles auf Anfang unter dem frühlingshaften Thema Neubeginn steht nah dran. Das Magazin heute im Anschluss und mit einem DVD- und CD-Tipp verabschieden wir uns für heute. Morgen wäre George Harrison 73 Jahre alt geworden. George Fest, A Night to Celebrate the Music of George Harrison, gibt es ab morgen im Handel. Und Arthur gibt es wieder am nächsten Donnerstag. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.